Moin Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Es gibt hammermäßige Neuigkeiten Leute und zwar hat Blizzard eine neue Umfrage rausgehauen, ob eventuell The Burning Crusade Classic kommen soll. Wir werden uns die komplette Umfrage heute ganz genau anschauen. Und um es nochmal für euch ein bisschen zu erklären, vor ein paar Monaten hat Blizzard schon mal eine Umfrage gestartet und dort eben auch ausgewählte Spieler gefragt, wie sie sich eventuell eine Implementierung von WoW Classic Burning Crusade vorstellen könnte. Und damals habe ich auch schon gedacht, so okay, vielleicht ein bisschen verfrüht. Und deswegen finde ich es auch richtig gut von Blizzard, dass sie jetzt nochmal gesagt haben, okay, jetzt haben wir wirklich die Spieler am Start noch, die nicht nur wegen des Hypes WoW Classic gespielt haben, sondern die eben auch relevant für die folgenden Monate sind, dass wir quasi wirklich die Leute nochmal fragen, was wollt ihr eigentlich? Ja, was wollt ihr eigentlich mit WoW Classic in den nächsten Monaten anfangen? Wollt ihr Fresh-Server haben oder wollt ihr mit euren aktuellen Charts in TBC reingehen? Wollt ihr auf neuen Burning Crusade-Servern starten? Und wir haben da sehr viele spannende Fragen gestellt und eigentlich genau das gemacht, was ich mir eigentlich auch gewünscht habe, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich verlinke euch hier nochmal ein Video, was ich vor ein paar Tagen gemacht habe. Da habe ich mich mit der vorherigen Umfrage beschäftigt und da habe ich am Ende auch gesagt, ja, es wäre eigentlich total clever von Blizzard, wenn sie ganz genau auf die Community eingehen würden und eigentlich mit uns Spielern zusammen gucken, ey, wie wollen wir eigentlich diese Reise mit diesen Legacy-Servern, mit WoW Classic und mit eventuell Burning Crusade eigentlich weiter beschreiten? Ja, wie wollen wir das eigentlich als Community weitermachen? Und deswegen finde ich es extrem gut von Blizzard, dass sie hier diese Umfrage gemacht haben. Und wir werden auch gleich an den Fragen, die wir uns hier anschauen werden, erkennen, dass sie wirklich sehr ins Detail gehen und wirklich genau herausfinden wollen, was die WoW Classic Community eigentlich genau möchte. So, und jetzt will ich euch nicht weiter auf die Folter spannen. Wir fangen an mit der Umfrage. Kleine Info am Anfang, die Fragen, die wirklich wichtig werden, die kommen gleich, aber Blizzard hat hier quasi erstmal mit so ein paar grundlegenden Fragen angefangen, damit sie erstmal die Zielgruppe genauer beschwimmen kann und fragt deswegen am Anfang hier, ey, aus welcher Region kommt ihr eigentlich? Ist aber gar nicht so irrelevant, weil man natürlich dann hier auch wieder ableiten kann, okay, wie viele Server von Burning Crusade oder wie viele frische Classic Server brauchen wir denn dann eventuell am Ende? Das könnte man vielleicht aus dieser Frage hier schon die Info herausnehmen. So, gehen wir zur nächsten Frage über, ja, welche Altersgruppe stimmt hier quasi ab? Auch wieder ein wichtiger Faktor. Sind es die Boomer, die hier abstimmen oder sind es dann erst die jüngeren Generationen? Ich denke mal, wenn man so statistische Umfragen macht, dann sind solche Daten einfach wichtig. Hier auch, welches Geschlecht man hat. Hier kann man die Frage leider nicht genau erkennen. Hier hat derjenige schon ein bisschen runtergescrollt. Ich denke mal, hier war einfach so generell die Frage, in welchem Gaming-Genre seid ihr so primär aktiv? Hier kann man verschiedene Dinge anklicken. Und auch, hier wird wieder weiter eingeschränkt, so mit welcher Zielgruppe hat man es hier eigentlich zu tun? Ebenso bei dieser Frage hier geht es noch ein bisschen mehr ins Detail. Hier werden quasi verschiedene Gaming-Bereiche, Puzzle-Games, Racing-Games und, und, und quasi angesprochen. Und wie sehr seid ihr eigentlich an diesen Spielen interessiert? Und auch kleiner Hinweis an der Stelle, versucht wirklich mal das so genau wie möglich zu beantworten. Denn es ist genauer wie das Beantworten, desto besser und akkurater kann Blizzard natürlich auch am Ende einschätzen, wie sehr wir wirklich an Burning Crusade oder Classic oder was auch immer quasi Interesse haben. Ja, die nächste Frage hier, how familiar, also wie familiär oder wie gut kennt man sich mit diesen Spielen aus? Wie ist man da so integriert in die Spiele? Natürlich, viele werden dann hier bei WoW Shadowlands quasi ankreuzen, dass man es eventuell in den letzten 30 Tagen gespielt hat. Oder hier bei WoW Classic natürlich auch. Und je nachdem, wird das Profil des Gamers, desjenigen, der hier abstimmt, quasi immer mehr verfeinert. Und Blizzard kann quasi immer besser sehen, okay, mit wem habe ich es ja eigentlich zu tun? So, nächste Frage. About how many hours each week do you typically spend playing WoW? Ja, also wie viel ungefähr spielt man WoW so in der Woche? Und ja, ich würde auf jeden Fall hier wahrscheinlich den Punkt ankreuzen. Ich denke, viele von den Leuten, die mir hier zuschauen, ebenfalls. Aber das müsst ihr natürlich selbst wissen, wie viel ihr ungefähr WoW in der Woche spielt. Aus der Frage kann Blizzard dann vielleicht so ein bisschen eingrenzen, okay, haben wir es hier wirklich mit Hardcore-Spielern zu tun? Oder eher so mit Casual-Spielern, was ja auch nicht schlimm ist. So, dann auch eine wichtige Frage. Wann hat man mit WoW angefangen? Ist man eher so ein Veteran, der quasi schon direkt am Anfang angefangen hat? Oder erst in späteren Jahren? Gibt natürlich auch Blizzard wieder weitere Insights darüber, wer hier wie antwortet. Gut. So, zur nächsten Frage kommen wir dann, wenn ihr über die letzten beiden Monate nachdenkt, was habt ihr da eigentlich mehr gespielt? World of Warcraft Shadowlands oder World of Warcraft Classic? Auch eine sehr, sehr spannende Frage, weil man hier so diese Retail-Classic-Rivalität, wie auch immer, quasi mit reinbringen zu müssen. Und Blizzard möchte hier, glaube ich, einfach auch schauen, hey, haben wir es hier mit Spielern zu tun, die auch mal in Retail reingeschaut haben? Oder eher nicht? Also es geht schon so ein bisschen darum, dass man auch schaut, okay, was hat eigentlich auch Shadowlands für einen Effekt auf die WoW Classic-Spieler? So, wir gehen mal weiter. So, jetzt kommt hier ein ganz interessanter Hinweis an der Stelle, und zwar die folgenden Fragen, die jetzt kommen, die beziehen sich quasi explizit auf die Erfahrung, die man in WoW Classic gemacht hat. Und es geht hier nicht um Shadowlands. So, dann wird hier quasi direkt gefragt, ja, wie zufrieden, beziehungsweise unzufrieden seid ihr eigentlich mit WoW Classic? Könnt ihr hier auch wieder auswählen. Ja, einfach auch so eine generelle Abfrage, wie die Spieler eigentlich das Spiel aufgenommen haben. Ich hätte hier wahrscheinlich sehr zufrieden angeklickt, weil natürlich, man hatte das ein oder andere Problemchen, aber alles in allem, finde ich, war Classic für mich ein absoluter Erfolg. So, die nächste Frage, auch sehr spannend. Wie wahrscheinlich ist es, dass ihr WoW Classic in den nächsten 30 Tagen spielen werdet? Auch hier, derjenige hat hier schon die Antwort angeklickt, die ich auch anklicken würde. Ja, sehr, sehr wahrscheinlich. Und auch wieder hier, ihr merkt schon, die gehen wirklich sehr ins Detail, gucken, okay, was sind das für Spieler? Hauen die jetzt vielleicht bald ab? Oder bleiben die an der Stange? Sind die noch sehr interessiert? Das ist sehr, sehr, sehr clever gemacht. Und Blizzard geht ja wirklich absolut den richtigen Weg. der Kundenorientierung. Was will der Kunde eigentlich? Und fragt das hier wirklich explizit ab. Und ich denke mal, viele von euch werden hier auch in den nächsten 30 Tagen wahrscheinlich Classic noch spielen. Aber wir gehen mal weiter zur nächsten Frage. Was ist so euer aktuelles Feeling über WoW Classic? Denkt ihr, es geht eher so den Bach runter? Oder ist er am Hypen, am Trenden? Oder ist es so, hält es sich so die Waage? Ja, müsst ihr natürlich für euch selber beantworten. Ich würde wahrscheinlich so in die Mitte gehen. Es hält sich ungefähr so die Waage. Die richtigen Hardcore-Leute sind alle noch am Start. Viele Leute schauen gerade aber auch in Shadowlands rein. Es ist gerade eine sehr, ja, undurchschaubare Lage, würde ich sagen. Deswegen würde ich mich hier, glaube ich, in der Mitte einordnen. So, nächste Frage. Ja, also nochmal wichtig. Sagen wir hier, es geht wirklich nur um WoW Classic. Aber jetzt finde ich es sehr interessant. Die gehen da wirklich rein und sagen, beziehungsweise fragen, wie habt ihr eigentlich die folgenden Bereiche, die ihr in WoW Classic machen könnt, in den letzten 30 Tagen empfunden? Ja, war das PvP sehr cool oder nicht so gut? War das Rating gut? War das Rating nicht so gut und so weiter? Auch eine spannende Frage, wo man quasi gucken kann, okay, wie ist eigentlich so der Trend in den jeweiligen Bereichen? Und was hat die Leute eigentlich, sagen wir mal, bis zum Schluss in Classic wirklich gefesselt? Was war ihnen wichtig? Und was war ihnen eigentlich eher nicht so wichtig? Auch eine sehr, sehr spannende Frage, die hier gestellt wird. So, nächste Frage ist hier quasi, ja, wie wichtig sind euch eigentlich die verschiedenen Bereiche, die man in WoW Classic machen kann? Ähnlich wie die vorherige Frage natürlich auch. Ist euch ihr PvP wichtig? Oder mehr das Raiden? Oder mehr das Roleplaying? Vielleicht sogar für den einen oder anderen? Das geht ja wirklich schon sehr ins Detail. Ja, nächste Frage, die ich sehr interessant fand, fast die interessanteste Frage eigentlich. Warum, denkt ihr, werdet ihr in Zukunft auch noch WoW Classic spielen? Was sind für euch so die Hauptgründe? Ja, zum Beispiel die Lore oder, weißt du, eure Routine ist einfach, weil man andere Rassen- oder Klassennummer hochleveln möchte. Oder, hier sehr, sehr wichtiger Punkt, enjoy an immersive world. Also, immersive immersion, darunter versteht man so ein bisschen so diese in sich geschlossene Welt, die wirklich noch eine Roleplaying-Welt war in WoW Classic und eben noch nicht durchbrochen wird von Elementen, die diese Welt, also die da nicht reingehören, wie irgendwelche Hearthstone-Mounts oder so, ne? Oder wie das die Leute dann ingame tweeten können, solche Geschichten. Also einfach, wie wichtig ist euch eigentlich so dieses alte MMO-Lore-like-Feeling von dieser Classic-Welt. Sehr, sehr interessante und wichtige Frage, finde ich. Und da hoffe ich natürlich, dass ihr alle hier Major Reels anklicken werdet. Genau, also wirklich, muss ich sagen, sehr, sehr interessante Frage. Ja, bei der Frage hier auch clever gemacht. Hier wird so ein bisschen abgefragt, in welchen Community-Bereichen oder Social-Media-Anbietern und so weiter bewegt ihr euch eigentlich fort? Beziehungsweise, wo connectet ihr so mit der WoW Classic Community? Schaut ihr mehr so auf Twitch vorbei, bei Streamern irgendwie? Guckt ihr hier irgendwie euch irgendwelche Community-Seiten an? Seid ihr viele in Discords unterwegs und so weiter? Also ich denke mal, es wird auch Blizzard einfach hier fragen, damit sie so ein Feeling dafür bekommen, okay, welche Kanäle sind eigentlich wichtig für die Kommunikation auch mit der Community und welche sind eher nicht so wichtig? Ja, und auch die nächste Frage geht in den ähnlichen Bereich. Mit welchen Sachen hiervon interagiert ihr eigentlich oft? Talent Calculator, so Wowhead-Geschichten, Achievement Tracking, Rated Dungeon Information, also Wowlogs und so weiter. geht auch hier wieder sehr ins Detail. So, und jetzt kommen wir zu dem wirklich spannenden Teil der ganzen Geschichte, nämlich jetzt kommen wir wirklich hier explizit zu den Fragen, die Burning Crusade, beziehungsweise explizit danach fragen, wie geht es eigentlich jetzt weiter? Und hier wird quasi direkt mit der Knallerfrage gestartet, wie interessiert seid ihr eigentlich an einer Classic-Version von The Burning Crusade? Ihr könnt quasi auswählen, überhaupt nicht interessiert oder sehr interessiert. Ja, das ist natürlich eine Frage, die ihr einfach für euch selber beantworten müsst. Ich bin extrem interessiert an The Burning Crusade und ich finde auch, es muss sich gar nicht irgendwie so in Konflikt stehen mit Wowie Classic. Ich denke, da kann man gute Lösungen auch finden, wo wir aber eben gleich auch noch darüber sprechen werden. Ja, die nächste Frage hier, wie wahrscheinlich wäre es dann eigentlich, wenn Burning Crusade Classic dann kommt, dass ihr das auch wirklich spielen werdet? Auch ein interessanter Punkt, ne? Und hier können wir auch wieder abstimmen, so, ja, sehr wahrscheinlich, dass ich spielen werde, oder, also sehr unwahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich, hier für mich auch, wie gesagt, wenn es kommt, ich bin jetzt schon gefühlt am Hypen, irgendwie, es würde mich extrem freuen. Und, äh, ja, sehr, sehr spannend, wie Blizzard hier eigentlich auch, kann man sagen, noch so ein bisschen in Frage stellt, äh, ob TBC überhaupt wirklich kommt, ne? Also, ich meine, viele gehen ja davon aus schon, dass es auf jeden Fall kommen wird. Man sieht schon so die großen, äh, YouTube-Gesichter, Match Season und so weiter. Starten schon ihre Klassenguide-Videos und so weiter. Und, äh, aber sehr überraschend eigentlich, dass Blizzard hier nochmal sagt, ey, nee, wir sind uns noch nicht so ganz sicher, wir wollen noch mal einmal abfragen, so, wie sehr die Leute wirklich Bock auf Burning Crusade haben, hätte ich so persönlich gar nicht mehr mit gerechnet. Ne, es muss aber natürlich jetzt nicht direkt bedeuten, dass es vielleicht noch so ein Wackelkandidat ist, ob es kommt oder nicht. Ich würde eigentlich vom Bauchgefühl her sagen, schon, dass es sehr wahrscheinlich ist. Vielleicht soll es auch einfach wirklich dazu dienen, genau abzufragen, ey, was passiert eigentlich mit Classic, wenn Burning Crusade kommt? Vielleicht geht es auch so mehr in die Richtung, weil sie einfach sich nicht sicher sind, ey, wie viele Server sollen wir da noch anbieten, wie viele Versionen und, und, und. Und, äh, das wird zum Bösten ersichtlich, wenn wir uns auch die nächste Frage mal anschauen. Und zwar hier, wenn, ja, an die Fresh-Leute unter euch, wenn es einen frischen WoW-Classic-Server geben würde oder mehrere. Das heißt, Server, die so starten, als ob sie quasi komplett von neu beginnen. Ja, also alle starten mit Level 1, äh, Molten Korn Onis am Start, ähm, Battlegrounds sind noch nicht da, und der Content kommt wieder über Zeit. Also genau wie wir quasi vor einem oder anderthalb Jahren angefangen haben in Classic, können wir nochmal von vorne anfangen. Wie interessiert seid ihr eigentlich daran? Und eine sehr, sehr spannende Frage, wie ich finde, ne, was ich auch in einigen vorherigen Videos gesagt habe, die Classic-Community muss sich nämlich selber beantworten, ey, was bedeutet eigentlich Classic für uns? Bedeutet Classic für uns, dass wir für immer auf den aktuellen Servern bleiben, mit unseren irgendwann T3-Equipten Chars? Oder wollen wir vielleicht sogar alle zwei Jahre, alle anderthalb Jahre von vorne anfangen, ne? Sehr, sehr interessante Frage. Wo ihr auch wieder sagen könntet, ob ihr daran interessiert seid oder eben nicht. So, und jetzt kommen wir zur nächsten Frage, und die ist halt einfach der absolute Burner, weil quasi hier nämlich jetzt diese Verbindungen erforscht werden, die dann nämlich automatisch entstehen. Denn es ist ja nicht so, dass wir uns einfach teilen können und sagen können, okay, es kommen frische Classic-Server, das heißt, ich kann genauso viel auf den frischen spielen, wie ich auf den alten Server gespielt habe. Beziehungsweise, wie wird das eigentlich ablaufen? Wo wird mein Mainshire sein? Und so weiter und so fort. Wie werde ich das machen von meinem Gameplay her? Und da fragt Blizzard wirklich genau, wenn so ein frischer Classic-Server kommt, wo ihr dann quasi alle neu starten könnt, wäre das dann euer Mainshire auf diesen Servern? Oder würdet ihr quasi eure aktuellen Shars spielen und auf den freshen eben auch? Oder würdet ihr die aktuellen quasi gar nicht mehr spielen? Sehr, sehr interessante Frage. Hier kann man quasi auswählen zwischen der Charakter, der auf dem frischen Server dann von euch gestartet wird, wird euer Mainshire? Oder? Nee, das wird quasi schon, ja, ich werde den schon bespielen, aber ich werde so meinen Mainshire, der ist mir schon noch wichtig auf meinem aktuellen Classic-Server, auch wenn da nichts mehr kommt irgendwie, da werde ich irgendwie noch weiterspielen, ne? Sehr spannende Frage, die ich mir und wahrscheinlich viele von euch auch sich gar nicht so selber beantworten können, ne? Weil man ja gar nicht weiß, okay, auf so einem Classic-Server, wo kein Content mehr kommt, spielt man da wirklich noch weiter? Ist das so ein Ding? Entwickelt sich da irgendein Meta irgendwie? Ja, oder eben nicht? Spannende Frage. So, wir gehen mal weiter. Jetzt wird gefragt, wo würdet ihr eigentlich dann den Hauptanteil von eurer Zeit verbringen? Auf einem frischen VR Classic-Server, wo man quasi auf Null anfängt, ja, auf einem Burning Crusade-Server, der eventuell kommt? Ja, ob das jetzt quasi ein Frischer ist oder ob eure aktuellen quasi die Erweiterung bekommen, ist jetzt hier nicht genau erklärt. Oder ob man auf beiden spielen wird, ne? Auch wieder so eine Frage, wo man ein bisschen so dieses Feeling von der Community haben möchte, ey, wie denkt ihr das eigentlich so, ne? Werdet ihr beide spielen? Also, aus der Frage lese ich so ein bisschen raus, da wollen sie gucken, ey, hm, macht das überhaupt Sinn, dass wir für diese WoW-Legacy-Server-Community, die sich einfach für ältere Erweiterungen interessiert, sind die daran interessiert, verschiedene Erweiterungen gleichzeitig angeboten zu bekommen? Oder wollen die sich immer mehr so auf eine Einzige konzentrieren? Und würden das eher blöde finden, wenn die Community dann ein bisschen gespalten wird, ne? Ähm, ich muss hier sagen, ich würde wahrscheinlich The Burning Crusade primär bespielen, aber ist auch mehr so meine persönliche Präferenz. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht ausgeschlossen werden kann, dass trotzdem beides auch gut nebeneinander existieren kann. Also, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass eben frische Classic-Server kommen, vielleicht dann ein paar weniger als aktuell, wo auch sehr viele Spieler drauf spielen werden. Ähm, und trotzdem eben Burning Crusade-Server, wo eben Leute auch drauf spielen werden. und es bestimmt auch einige Leute gibt, die auf beiden spielen werden, ne? Weil ihr wisst, wie es ist so am Ende. Raidlockt man dann eh nur noch so, beziehungsweise hat dann auch so seine Farm-Charts und Sachen am Start. Und dann kann man auch wahrscheinlich auf mehreren Erweiterungen gleichzeitig spielen. So, und das waren eigentlich die interessantesten, äh, Fragen von dieser Umfrage. Ja, die Fragen, die jetzt kommen, die gucken wir nochmal, die skippen wir nochmal kurz durch. Jetzt wird hier noch so ein bisschen gefragt, äh, wie, ähm, oft man quasi hier schlechtes Verhalten von anderen Spielern wahrnimmt. Äh, dann wird quasi hier gefragt, ähm, ob man die, ähm, diese Reporting-Methoden, die Blizzard hier verwendet, ob man die, ähm, genutzt hat in VW Classic, ja. Äh, ob man denkt, dass es effektiv ist, wie hier reported werden kann in Classic, ist es wahrscheinlich eher nicht so effektiv. Aber das wissen die meisten von euch ja auch dann hier, ähm, was hat man hier so wahrgenommen an Sachen, ja, ob so Spamming-Emotes, gecheatete Leute, also Leute, die gecheatet haben und so weiter, was habt ihr da so wahrgenommen? Also alles so ein paar Fragen, die jetzt nicht wirklich relevant fürs heutige Video sind, aber eben auch in der Umfrage noch abgefragt wurden. Die ist vielleicht nochmal interessant. Hier wird nochmal so ein bisschen diese Retail-Affinität der Leute abgefragt. Werdet ihr Shadowlands in den nächsten 30 Tagen spielen? Äh, bei mir eher unwahrscheinlich. Aber es ist ja auch vollkommen normal, dass ja auch viele wahrscheinlich da auch mal reinschauen. Und dann sollte man hier quasi noch angeben, wie viele Leute im Haushalt bei einem sind. Das hat, glaube ich, noch so statistische Gründe irgendwie, dass dann einfach so die Umfrage so ein bisschen besser noch interpretiert werden kann. So, damit sind wir auch durch mit der ganzen Geschichte. Und auch durch mit dem heutigen Video, Leute. Äh, ich bin unglaublich gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren. Wir haben hier wirklich von Blizzard eine Umfrage bekommen, die eigentlich, ähm, genau das macht, was sie machen sollen gerade. Und ich bin einfach nur unglaublich zufrieden mit Blizzard, dass sie hier wirklich nicht einfach Entscheidungen treffen, sondern sehr, sehr ins Detail reingehen. Die Community fragen, ey, was wollt ihr eigentlich? Was wollen wir eigentlich alle von diesem Legacy-Server-Konzept? Wollen wir frische Classic-Server? Wollen wir frische TBC-Server? Wollen wir, äh, beides gleichzeitig irgendwie? Wo denkt ihr, werdet ihr mir Zeit drin verbringen? In der oder der Variante? Und ja, sehr, sehr spannend, äh, muss ich sagen, wie gesagt, ähm, TBC scheint noch nicht in trockenen Tüchern zu sein. Es scheint noch bei Blizzard so ein bisschen dieser, diese, diese, dieser finale Rückhalt von der Community zu fehlen irgendwie, dass wir wirklich sagen, okay, das ist auf jeden Fall garantiert in Stein gemeißelt. Ähm, oder man will einfach mit der Umfrage wirklich herausfinden, so, ey, äh, äh, wie bringen wir Burning Crusade am besten, ja? Vielleicht ist doch schon klar, aber sie wollen wirklich nur mal wissen, so, spielen die Spieler dann Classic weiter oder ist Classic dann gar kein Ding mehr? Sind frische Server wichtig, auch wenn Burning Crusade kommt? Äh, oder sind eher die aktuellen Server so das Wichtige für die Leute, ja? Das könnt ihr euch alle wie immer nur selber beantworten. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Schreibt die mir gerne alle unten rein, ihr wisst Bescheid, ich werde dir wie immer jedes Kommentar beantworten. Und, ähm, in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Euer Lief Pfeiler, ich bin Hyped auf TBC. Ciao. Euer Lief Pfeiler, ich bin Hyped auf TBC.